Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, ich habe schon wieder ein anderes Texture Pack drinne. Das ist das Clay Texture Pack. Und mir fällt gerade ein, wir wollten ein paar Zombies verprügeln gehen. Und ich finde das Texture Pack ganz toll, teilweise. Weil es einfach aussieht wie Knete oder Lehm. Kann man sich auch suchen, es sieht einfach toll aus. So, wenn ihr mit so ein bisschen Fleisch mit... Okay, die Waffen sind jetzt noch nicht überarbeitet, wie ich das sehe. Die wollen wir ja mitnehmen. Dann ziehen wir uns auch so eine schicke Lederrüstung an. Ach. Und. So, und dann speichern wir nochmal kurz. So, dann werden wir mal ein paar Zombies verprügeln. Stimmt. Wo sind wir sie? Wo sind sie uns finden? Oder werden wir sie finden? Ja, das ist eine Frage, die wir uns jetzt stellen könnten. Cool, eine Hölle. Geht jetzt aber nicht rein. Vielleicht sind... Ach, da sieht man gleich deinen Tintenfisch. Wenn man jetzt ganz groß zoomt, da schwimmt was. Das ist nur ein Schrein. Nein. Aha. Aber irgendwie... ...wird das nicht. Hoch. Oh, guck mal, wie toll. Hier ist Lava und... Oh, Eisen. Können wir jetzt nicht mitnehmen, aber egal. Hier hätte ich jetzt schon schon mehr erwartet. Naja. Also irgendwie... Ah, mh, könnte daher sein, dass ich vielleicht noch... Ja, genau. Daran könnte es liegen. Die ganze Action wieder versaut. Scheiße, da hinten sind nur Skelette. Skelette sind böse, weil wir hier haben Bogen momentan und... ...damit sind die Ärzte für den Vorteil. Das ist ein Spinnen. So, dann haben wir den Spinnen mal ordentlich auf den Latz. Oh! Ähm, jetzt haben wir ein Problem. Das musste passieren, dass wenn ich gerade Spannung machen will, in ein Loch falle. Also hier muss man auf der Map echt aufpassen. Hier gibt es ziemlich viele Löcher. Scheiße, da sind doch die ganzen Skelette. Na, 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 na. Oh, ein Creeper. Ja, ich hatte mir überlegt, wenn wir uns da unten, äh, in dem Loch, es uns gemütlich machen, bomben wir da einfach ziemlich viel mit in der Mietwerk. Und machen wir so, pam, 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 pam. Ha! Jetzt haben wir schon welches. Machen wir da, pam. Nein, 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 nein. Will niemand. Oh, 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 oh. Ech, gut, jetzt haben wir wenigstens Erde und eine Lume. Zombies. Creeper, Skelette, Zombie. Skelett. Wow, wow, wow. Was macht das Schwein hier? Halt die Fresse, Schwe... Hm, apropos, wir brauchen Fleisch. Oh, die waren ja süß. Oh, oh, jetzt tut mir das Schwein richtig leid. Komm her. Komm, mach dich fertig. Oh. Wiegt nicht wahr. Ich würde sagen, wir gehen da hinten zum... Oh, nein. Das ist so Mist. Dann werden wir den Zombie töten. Oh, komm, sind wir weggegangen, sind das Skelette hingekommen. Oh, das tut mir überleid. Hier ist nichts. Aber wenn es zu brengstig wird, dann gehe ich ins Haus rein, weil ich wäre auch irgendwie schade drum, wenn wir jetzt einen Sprengpulver verlieren würden. Und das ist eine Sprengpulver. Oh, komm, sind wir weggegangen, sind das Skelette hingekommen. Äh, hingekommen, hingegangen. Zombie. Den habe ich jetzt aber nicht nur ich gehört. Ist ja mal gar... Wow. Nichts los. Ja, jetzt habe ich mich wegen einem Bus erschreckt. Zombie. Zombie. Wir suchen Creeper und keine Skelette. Mann! Na, 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 na. Ach komm, das Skelett machen wir jetzt. Nein, 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 nein. Lieber nicht fertig. Zwei Creeper stehen ziemlich friskant. Die könnten unser Haus wegbomben. Dennoch eine Spinne. Ich würde sagen, ich mache das mal die Spinne kalt. Tot. Schwein gehabt. Oh. Mach mir keine Angst, Creeper. Das schaffst du nämlich nicht. Ich bin viel mutiger als du und du bist da oben. Ja, wenn die explodieren, dann bekommen wir auch nichts. Ist das scheiße? Das sind die Kürbisse. Kann ich eigentlich gleich mal mitnehmen? Oh, da sind auch noch Creeper. Oh, es macht irgendwie Spaß, Creeper zu jagen. Aber nicht, wenn es zwei auf einmal sind. Kein Sprengpulver. Und dir vielleicht? Na, komm, komm her, komm her. Ich punch dir welche so. Pam. Pam. Nein, nicht schon wieder. Ah, wir haben Dreck. Wir haben schön vielen wunderbaren Dreck. Kotz. So. Spinne, du kriegst auch noch welche ausgemacht. Ach, tschüss dich. So, tot hat mich nichts gebracht. Das tut mir super. Na, 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 na. Wir sind für bis auf Knete. Oh, die nehmen wir alle mit. Na, 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 na. Also, ich muss sagen, das Knie-Tecture-Pack ist eigentlich recht lustig. Warte mal, jetzt warten wir noch. Bis die Skelette hier alle verbrennen. Oh. Oh, da unten ist Leben. Ja. Also, zu dem Skelett werde ich jetzt nicht extra noch hinlaufen. Oh, wow, wow, wow. Vier Creeper. Hm, nicht schlecht. Da würden wir gleichwertig auf den Sack bekommen. Da kann ich eigentlich mal was probieren. Das habe ich noch nie hingekriegt. Das gibt für alles ein erstes Mal. Schnell. Wow. So. Ich will jetzt ziemlich gerne zurück. Ich warte aber noch mal kurz. Ich habe nichts mehr zu essen mit, ne? Nein. Nein, 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 nein. Die will nicht sterben. Nein. Brenne. Hä? Habt ihr... Warum verschwinden die einfach? Achso, die sterben wahrscheinlich. Und wir sehen es dann. Nein, ich habe versucht, dass die sich... ähm, dass der Creeper das Skelett in die Luft jagt, weil man dann angeblich, äh, Schallplatten bekommen soll. Ich habe es meine Werbe noch nicht hinbekommen, darum wollte ich es probieren. Haffisch, Haffisch, Haffisch. Oh, guck mal scharf, ein Abgrund. Oh, ist der Abgrund nicht schön. Nein, die schöne Wolle. Nein, ich springe nicht hinterher. Könnte nicht allzu gesund werden. Boah, das war mal eine geile Nacht. Scheiße, das geht ja. Keine sind ja ganz einfach, wenn man sie auf das Zukunen sieht. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. 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 Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ein Schaf. Das erinnert mich an den einen Film. Da war, da war irgendwie so, das ist so ein Psychofilm gewesen. Und da haben sich die Schafe dann immer, die sind immer eine Clip runtergerannt. Der Film war ganz lustig. ich komme gerade nicht drauf wie der heißt wenn ihr es wisst könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben oder auf meinen auf meinen Kanal ich werde dieses LP jetzt auch beenden wenn wir in unserem Post drin sind also genau genau jetzt ihr könnt ja auch nochmal reinschreiben was ihr von dem Textaffekt haltet ich bete das sieht alles für cool aus aber vorher mache ich noch das hier ja wie das ja und dann verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal ja